Herzlich Willkommen zu Titanfall. Wir haben uns entschieden, eine schnelle Runde oder zwei, drei schnelle Runden Grinsland-Verteidigung zu spielen. Ich spiele mit dem Reaper. Und ich bin der Sasi. Hi! Ohne das geht's nicht, ne? Natürlich, natürlich. Ja gut, ich bin dann schon ein paar Felder weiter und ich drücke dann einfach mal auf schnell spiel. Das wird doch nett, ja. Uh, yeah, baby. Ja, mal gucken, ob das Spiel auch drin bleibt und ich rausfliege. Uh, geile Karte, da werden wir gewinnen. Ja, das ist sowieso. Da habe ich aber schon drei Sterne, verdammt. Ich ja auch, das macht nichts. Ja gut, aber es gibt hoffentlich gute Level jetzt. Also als kleiner Level 4, das dauert ein bisschen. Ich behaupte, wenn wir gut spielen, dass du mit Level, so mal größenwahnzeinnig, Level 11 rausgehst. Größenwahnzeinnig, ich dachte jetzt sagst du Level 50 oder so. Nee, das wird dann utopisch, das wird dann auch noch größenwahnzeinnig. Auch wäre bestimmt lustig, so Level 4 gehst rein, Level 50 gehst raus. Eine Map gespielt, einmal einen kompletten Run durch. Also ganz kleine Legs habe ich. Ja, ich auch, aber das ist noch vertretbar. Hoch, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Eins von 5, 65 Gegner, gut. Ein Titan haben wir schon. Ja, das ist so normal auf der Map hier. Behaltet die Mini-Karte im Auge, ich markiere die Landezonen der IMC. Das ist so normal auf der Map hier. Der Titan ist gelandet. Ich musste mich gerade noch ein paar Speckers kümmern. Die Titan ist kaputt. War ja auch nicht schwer. Die Titan ist in einer strategisch günstigen Position. Jetzt kommen die ganzen Selbstmordspectors. Erledigt sie aus der Entfernung, sonst jagen sie euch in die Luft. Die Titan ist gelandet. Die Titan ist gelandet. Der Titan kommt rein. Nein, verdammt! Selbstmordspectors. Sie kommen verdammt schnell näher. Neutralisiert sie! Die Titan ist gelandet. Die Titan ist gelandet. Die Titan ist gelandet. Die Titan ist gelandet. Besorgt ihr ein neues, so schnell ich kann. Die Titan ist gelandet. Die Titan ist gelandet. Der Titan arbeitet die Belgier nach rechts. Ich kann sie nicht tun. Ja! Ja, Atom-Titans. So gestochen. Ja, bei mir nähert sich auch einer. Ja. Ja. Wieso gibt denn hier keiner Backup beim Turm? Wir sind alle beim Turm Scheiße, ich bin gestorben Verdammt Und warum bin ich gestorben? Weil unbedingt einen Titan runterwerfen musste Dass ich genau nicht mehr weggekommen bin von der Treffer Ja, mach doch mal eine scheiß Kurve Das ist eigentlich das Die Meisterteile sind stürmend Feindliche Teilen zerstören. Feindliche Teilen zerstören. Feindliche Teilen zerstören. Schild-System online. Noch vier. Hier war diesmal richtig gut. Der Arm ist absolut unversehrt. Weiter so. Geschütztes bereit, Pilot. Stationier es, um auf vorrückende Gegner zu feuern. Also zwischendurch ruckelt es doch ein wenig heftig. Mh-hmmm. Die AMC schickt die nächste Bälle. Ich orte in der Atmosphäre Titanfall Signaturen. TA-Waffen bereit machen. Da ist die Ternis unten. Sehen. Ja, verdammt. Von meiner Ecke gucken, falsche Einheit. Oh, da kommt einiges. Ach, du verdammte Scheisse. Ich bin beim Ernter, also. Und tot. Gut. Dein Geschützt wurde zerstört. Sag, du bist, ich besoch dir ein neues. Das ist so. Oh, das ist so. Okay. Okay. Die Schilder werden geladen. Atomteiten nähert sich dem Erntner. Zerstören, bevor er explodiert. Atomteiten neutralisiert. Noch fünf Kontakte auf dem Radar. Hol sie euch. Der Erntner hat keinen Kaster. Hervorragende Arbeit. Stationier dein Geschütz an einer strategisch günstigen Position. Ich weiß, ihr steht da unten kniethies im Elektroschrott, aber eine Welle kommt noch. Gebt alles! Ich empfange Signaturen von Selbstmord Spektors und Atomteiten. Die sind schnell. Macht euch bereit! Also da hatten wir schon wesentlich schlimmere Runden. Oh ja. Aber ich bin heute extrem schlecht irgendwie. Doch, bei mir geht's. Naja, ich bin jetzt noch Platz. 75 Punkte. Ja, du bist schön im Weg. Gehst du mal bitte aus dem Weg? Ich kann nicht! Wo sollte ich denn hin? Dein Geschütz ist zerstört. Besorg dir ein neues, so schnell ich kann. Schüsse dich! Oh nein! 3 3 4 Üii Additionally, du kannst rechts und postponieren Behördation. 6 4 7 Die Anlassschild wird gelacht. Schirmt ihn abläufeln. Übermütliche Teilen attackieren. Die Anlassschild ist total. Die SC hat keine Chance. Schildsystem online. Achtung, Pilot. Becker abort. Wenn du nicht los wirst, mache dich fertig. Atom-Titan nähert sich dem Erdner. Zerstöre, bevor er explodiert. Ah, na toll, mein Titan ist im Arsch. Achtung, wir arbeiten in einem Ersatz. Melde dich zu einer Seite. Mehrere Atom-Titan nehmen groß auf den Erdnern. Pilot eliminiert. Achtung, ihr seid jetzt in Unterzahl. Oh. Da hat's mich gerissen. 1, 2, 3, 4. Atom-Titan ist von oberen Bayern. Bord. Mh. Das um ist unterwegs, Team. Bord. Beschimpft den Erdner während die Schilder geladen werden. Atom-Titan nähert sich dem Erdner. Zerstöre, bevor er explodiert. Da hat es mich noch im letzten Augenblick gerissen. Es war eine scheiß Runde. Geht doch noch. 110 Punkte ist doch in Ordnung. Es war eine scheiß Runde. Nee, ich habe mich so völlig unnützvoll gekommen. Es ist so, ja, jeder war schneller, ich hatte Lacks und so weiter. Es war nicht wirklich der Spaß. Ja, das mit den Lacks ist auch echt böse. Na, das wird mal genial gelevelt. Drei Level-Ups. Oh, schaubere Sache. So, ja, na dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.